Jo Leute und damit Willkommen zu Donkey Kong Country 1 mit Flash! Mit Centus! Ach ja. So, beim letzten Mal hast du zuletzt gespielt, da fang ich wieder an. Und ich hatte sieben Leben. Ok, jetzt hab ich acht. Ja, wenige Bananas. Und Pyjama. Ich hab Angst, Alter. Du wirst dich anzusehen. Nein, ich will dich! Lass mich durch! Ach du nicht sterben. Weißt du was Problem ist? Man muss erst wieder reinkommen. Stimmt, springst du da unten und irgendwie wieder runter, Heimo. Nee, das nicht. Du wirst davon getroffen, weil du zu blöd bist. Jetzt kommen die Geier. Nein! Was hab ich gesagt? Oh nein, Alter. Lass du dies Level. Das ist vollkommen klar. Ach, da bist du. Oh, also bist du safe? Ah, nee. Übertreib erstmal. Übertreib erstmal. Hallo! Bzzzt, bzzzt. Nimm mich mit. Du wirst mitnehmen. Oh, schade. Wofür ist das Ding eigentlich da? Eigentlich nur dafür. Ups. Wenn du zu blöd bist und in die rein springst. Du musst warten, bis der unten ist. Ja, du mir ja auch. Wie war das? Man muss sich jetzt mal dran gewöhnen werden, ne? Na, sicherlich. Dum 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 dum. Du glaubst ja nicht, wie ich hier sitze grad. Oh! Warum? Bro, schrei nicht so. Hm. Fuß auf dem PC drauf. Hm. Richtig num num. Mann, ne? Das ist so nervig, dass du mal leiser wärst. Wenn du so laut wärst mit einmal. Kann sein. Ich weiß auch nicht warum. Was ist mit euch denn los? Mama. Schade. Oh. Ich steig mir grad die Hose wieder bei Donkey Kong. Scheiße, wann muss ich denn abdrücken? Ich glaub jetzt. Was, du bist fett? Oh, nein. Nicht Sum-Somm. Oh, doch. Sum-Somm. Das Blöde ist ja eigentlich... Das... Pff. Alter, ich dachte, der wirft nur nach unten. Oh, nein. Nein. Guter nicht. Und stirb. Sicherlich nicht. Ah! Neiii! Teil hat davor, dass das Ende... War das nicht gestern auch so? Ja. Nee, gestern waren diese Doppel B noch. Die kommen danach. Ja. Ich sollte auf B drücken, ich A. Äh, 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 äh. Das passiert mir dann dauern, irgendwie zu anfangen. Das Problem wird jetzt einfach, dass wir irgendwie gleich instant sterben werden. Meinst du? Ja. Yay. Solltest du kein Level schaffen und da immer vergeigen? Kann ich einfach laden ins... Nein! Warum... Warum drücke ich nach oben? Warum drücke ich nach oben? Also nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Man kackt mir ja am Anfang wieder ab. Oh, Mann. Ich hasse dieses Level. Ich das hier auch. Hallo. Hey. 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 Was ist dahinter gehen noch nicht immer drauf? Jetzt kriegst du nicht mehr. Kann sie auf die... Geil. Kann sie auf die drauf springen. Und nicht in die Arme springen. Oh nein. Alles deine Schuld. Jetzt hätte ich euch wirklich passieren können, dass wir einfach bei diesen beiden Leveln einfach sterben werden. Ja. Kommen wir auch grad so vor. Kommen wir auf deine Nuss, danke. Lef... Lef deine Nuss. Ja. So, Fetty. Fetty, wir springen jetzt hin runter. Eins. Fetty, Fett, Fett. Und springen. Und... Abschmieren. Ich hab Angst, dass ich nicht wieder springe. Achso. Oder irgendwo wieder abstürzt. So. Wow. Du hast ja mal super gemacht. Hm? Hm? Schlecht. Ne? Das geht noch. Ah, das. Das wird jetzt hier ein bisschen kacke. Ja. Kacki kack. Ach. Schlecht. Hin und her. Hin und her. Hin und her. Ist doch schwer. Ja. Oh nein. Geh weg mit deiner Kacknuss. Mit deiner Kacknuss? Eins. Zwei. Drei. Okay. Jetzt. Hör auf, Zendus. Nein! Idiot. Das warst du. Jetzt. Hör auf. Nein. Misch. Jetzt geht's ab. Jetzt. 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 Ja. Sonst schreien ich immer rum. Hör auf damit. Ach. Wo mit denn? Mir hätt auch gar nichts gemacht. Ach. kann irgendwie abspeichern na ja f2 das ist das wetter springen soll vielleicht gleich aber das ganz auf die beiden rausspringen ja ich weiß kann man nicht mal zur seite gedrückt zum kotzen naja du warst oben auf den dingen die hat sich da oben auf den link schon berührt bin da runtergefallen aber egal bei mir lachst du da oben nein ich bin da runtergefallen ach du warte mal nein schaffe ich nicht das ist wo der bieber boy her ich anschaue was böse ist hier ja dass ich das besonders nicht schaffe die reifen sind so deine lieblings arbeit naja jetzt geht es gar nicht mehr schade vor allem habe ich zur seite gedrückt die mauer nach rechts hast du gedrückt ist auch zur seite sicher ja sicher jetzt weiß ich worum ja was deswegen ist auch der geier da man kann man schon das fast mit dem geier da reinkommen ich glaube das kann so lange gehen bis wir können sie machen gleich klar das wird jetzt so reden deswegen habe ich auch schon feier gespeichert ich habe nur noch drei leben voll fail hier gerade man muss hier dieses spiel reinkommen das ist unglaublich das ist mies normalerweise zackt man das so als wenn man noch so kleiner buch war ganze zeit durch ne ja klar das ist diese auch gemacht habe ich es ja auch gehabt da geht doch manchmal ist das echt blöd mit dem springen sollst du nicht runterspringen hui ja achso hui da hast du immer angst ne wobei dass du das nicht schaffst mit dem die reifen sind auch nervig wow nimm ja oh geht doch speicherbomb tschüss tötem tötem brauche ich den reifen dafür mhm ach ne kann es aber unten lang gehen unten lang nur ein paar bienen na ich nehme das zu bekommen oh 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 sei froh dass es dem anderen affen nie was passiert wenn der dahinter ist ja das unert mich sowieso die ganze zeit ja di 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 oi cento ist ein affi du bist ein affi das weiß ich vielleicht oh 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 scheiße aber das ist wobei ich bin war doch direkt da drauf ne du hättest vielleicht noch in dem moment gewartet wo die biene wieder auf alle sein wäre da hättest es vielleicht sogar geschafft naja alles deine schuld nein oh bin ich blöd ja ich glaub da wär irgendwas gewesen leben mäßig oder doch das level keine ahnung überspringen keine ahnung oh ich hab jetzt schon angst dass die dinger schneller werden so ist es schön ne äh magic ui ja die gehen oh aber das bild ja das bild ist okay ja ich fahrt lieber nur mal sicher ich guck mir nämlich hin ach egal ach egal ach egal was hier ist erst das car pfff uh wo war das genau eben oh ne ui ach du das geht doch noch ne wo ist denn das o keine ahnung und dein po ui da ist es jetzt hast du es boah soll ich dir mal ehrlich sagen ich hab grad so richtig bange da vor immer ja cool find's lustig wow du weißt dass das knapp war ne ja hab ich gemerkt du wirst dann irgendwie auch vorbeigeschossen werden können so wie jetzt du scheiße was ist das denn das heißt du musst vorher schon wirst du